Du willst also in den Bundestag? Hast du dir das gut überlegt? Gibt ja ganz schön viel zu tun, wenn du das richtig machen willst. Gibt ja eine Menge Probleme. Klimakrise, Flüchtlingskrise, Vorratsdatenspeicherungskrise, Systemkrise. Aber es gibt ja auch tatsächlich Probleme, die man schnell lösen kann. Wenn man mit Geld, das allen gehört, also mit unserem Geld, mit deinem Geld, mit meinem Geld, mit Steuergeld, Software programmiert, dann ist ja wohl klar, dass die allen gehört, oder? Willst du auch, oder? Weil alles andere wäre ja Diebstahl, Raub. Also, Public Money, Public Code. Vertraue ist ja wohl. Good. Okay. Ja, wir schicken! Hier ist ja auch